Ja, ich habe jetzt erstmal ab dem 28. nichts geplant mit der Hoffnung, dass wir da von mir aus auch an den Bierkönig gehen. Aber ich hoffe, dass da was Großes auf uns wartet und wie ich gehört habe, wird das hier sehr stark gefeiert. Und falls ich das erleben darf, würde ich mich sehr freuen und bin dann natürlich auch einer, der da auch vorangehen möchte. Ich glaube, dass wir ja auch mit dem Bochum-Spiel, wo wir erster waren vor dem Spieltag, hätten vorlegen können. Und wo natürlich auch ein paar andere Themen waren an dem Spieltag. Aber wo wir es nichtsdestotrotz selbst verkackt haben, an diesem Tag drei Punkte mit nach Dortmund zu nehmen. Deswegen würde ich mich gar nicht so viel damit beschäftigen, wer vor oder nach legt. Am letzten Spieltag spielen wir meines Erachtens um die gleiche Zeit. Deswegen gibt es da kein Vorlegen dran und wir müssen uns jetzt auf Sonntag konzentrieren. Ganz wichtiges Spiel, schweres Spiel in Augsburg und dann werden wir sehen. Wir haben ein, zwei Fehler gemacht. Bayern hat aber auch ein, zwei Fehler gemacht. Und wer die besseren Nerven am Ende hat, wer den längeren Atem hat. Bayern hat jetzt auch nicht gerade leichte Spiele vor der Brust. Wir sind genauso wenig. Der wird es dann auch verdient nach 34 Spielen holen. Ja. Ja.